Melbourne am Samstag, zurück im Abschiebehotel. Diese Situation kennt der Top-Tennis-Spieler Novak Djokovic bereits. Denn schon bei seiner Einreise nach Australien vor einigen Tagen wurde Djokovic das Visum verweigert. Allerdings hatte ein Richter Verfahrensfehler festgestellt. Somit konnte der 34-Jährige dann einreisen und für das erste große Tennisturnier des Jahres trainieren. Am Freitag hatte jedoch der Einwanderungsminister Alex Hawke das Visum des nicht gegen Covid-19 geimpften Serben erneut annulliert. Er begründete dies mit einem öffentlichen Interesse Australiens und dem Gesundheitsschutzes. Nach Australien dürfen laut Bundesgesetz nur geimpfte Personen einreisen. Die Anwälte von Djokovic wollen die drohende Ausweisung des Weltranglisten Ersten hingegen weiter verhindern und legten umgehend Einspruch ein. Die Anhörung soll am Sonntag stattfinden. Die Australian Open beginnen am Montag. Der Streit sorgt seit Tagen für internationales Aufsehen und hat auch zu diplomatischen Spannungen zwischen Australien und Serbien geführt. Zudem nahm die weltweite Debatte über Rechte für Ungeimpfte an Fahrt auf. Djokovic gilt als Impfskeptiker und war mit einer Ausnahmegenehmigung eingereist. Weil er kürzlich genesen sei.